hey onkel ja was ist denn die definition von glück also für jeden ist die definition von glück und anderes für mich ist vor meinem haus zu sitzen klappe zu halten aus meinem bämbeln und die onkel was bist du für eine schmatter just ja kleckern ist wieder aktuell ich kann nicht ohne es ist einfach so die große operation an meinem gesichts portal wird nächste woche oder übernächste woche stattfinden und dann ist die metamorphose abgeschlossen kann sein dass dieses medium nicht stark genug ist für die inhalte die denn hier das netz fliegen aber ich will nicht zu viel versprechen ich will gar nichts mehr versprechen was ich einhalten möchte und möchtest du denn einhalten onkel gar nichts aber davon reichlich volle geheimnisse ja mann onkel geheimnisse